Weihnachtsgeschenk für Paul und für Horst von der Iris. Erst am 24.12. öffnen. Heute ist der 24., aber ein bisschen früh muss ich leider machen, denn später habe ich keine Zeit mehr. Aber Olle, was ist denn dann denn? So, dann wollen wir mal aufmachen, aber ohne Kamera. So, soweit habe ich alles gut geschafft. Ich muss mit einer Hand das Käse. Männersache, Kneipp, halt. Schau, schau, für bärenstarke Typen. Na ja, ich habe über 40 Jahre Bolli-Building gemacht. Super, 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 muss ich ausprobieren. Danke dir, Iris. Prima. Na, wir nachher sowieso duschen, dann gleich ausprobieren. Was ist das? Einmal Citrone, ne? Super, bedanke mich recht herzlich. So, jetzt werden wir erstmal Paulsalz aufmachen. Hatte ich schon so ein bisschen angefangen. Ne, da brauche ich auch wieder zwei Hände. Na, das ist ja echt super. Das muss ich gleich ausprobieren. Super, danke dir, Iris. Guck mal da, Paulchen. Na, wollen wir gleich mal ausprobieren, ja? Wollen wir ein paar Leckerlis holen? Ja, ich mache das hier weg. So. So, Leckerlis habe ich drinne. Mal sehen, ob Paulchen reagiert. Guck mal hier. Guck mal hier. Da musst du schon rangehen. Da guckst du, wa? Da guckt der Paul. Was ist da weit dran, ne? Ja. Tja, Paul, dann musst du deine Pfötchen nehmen, nicht? Da guckst du nicht. Geht mir so, wie du denkst. Was ist da? So, jetzt werden wir mal auf die Erde stellen, ja? Da kannst du in Ruhe rumfummeln. Paulchen ist beschäftigt. Haha, das ist super. Aber raus hat er, das hat er darin gemacht. Was ist da? Na ja, hat da was zu tun. Ja, Iris, nochmal vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. So, und der Paul beherrscht das auch. Super. Niedliche Karte. Danke dir. Paul ist immer noch beschäftigt. So, dann werde ich mal versuchen, ein Video zusammenzubasteln. Okay. Okay.